Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist unser letzter Tag hier auf den Malediven. Ihr habt ja das letzte Video gesehen, wir werden morgen tatsächlich abreisen. Aber das ist gar nicht mal das Interessante, was in dem heutigen Vlog passieren wird. Ich weiß doch gar nicht, ob Lenny das Ganze so wirklich bewusst ist, aber Lumex wird mich heute das allererste Mal zu Hause besuchen. Alter, da hat jemand geklingelt. Hallo, darf ich rein? Lumex, lass mal zu denen hier. Wir fliegen nämlich jetzt von den Malediven wieder nach Hamburg. Von Hamburg, dann nach Bremen. Dort wird er dann zwei Tage bei mir übernachten. Und dann von wieder nach Hamburg haben das richtig krasse Event von meinem Kata Jamil. Aber als allererstes werden wir jetzt einfach mal zu Lenny hochgehen und ihn einfach mal fragen, ob ihm überhaupt bewusst ist, was jetzt innerhalb der nächsten 24 Stunden passieren wird. Lohn. Ne, 1 Uhr. 1.32 Uhr. Du musst jetzt noch eine wichtige Frage beantworten. Jetzt kommt die Frage davon. Was wird krasses innerhalb der nächsten 24 Stunden passieren? Das ist schon nicht gut. Denk mal drüber nach. Hä? Wirst du da? Das ist schon nicht. Hast du keine Idee? Nein. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird, ne? Ja, Freunde, Lenny hat noch keine Ahnung. Mal schauen, ne? Mal schauen. Dann morgen. Yo. Es ist 5.30 Uhr. Unser Butler kommt so in 20 Minuten. Das heißt, wir müssen unsere Sachen jetzt packen. Huuu. Freunde, ein letztes Mal Tschüss zum Pool sagen, wo ich da gar nicht mal so oft drin war. Lohn, hast du schon Tschüss gesagt zum Pool? Tschüss. Du musst jetzt Tschüss sagen. Sag Tschüss. Tschüss. Zum Pool, aber nicht zu mir. Tschüss. Pool. Pool. Genau. Freunde, wir werden jetzt gleich abgeholt. Und dann müssen wir erst mal Wasserflugzeug fliegen. Freunde, es gibt jetzt hier sogar noch mal so Frühstücksbags. Und Lohn findet das sehr gut. Boah, ich hab echt ein bisschen Schiss. Wasserflugzeug kommt gleich wieder. Aber jetzt wird erst mal gefuttert. Mit Lohn. Hey, was geht das? Ja, Lenny. Du musst dokumentieren, wie du schläfst. Schlaf einfach weiter. Freunde, wir sind im Wasservogel wieder. Das ist sechs, na gut, fünf Uhr dreißig morgens. Wir sind um alt Uhr da so schlafen gegangen. Lohn hat immer noch keine Ahnung, was passieren wird in den nächsten 24 Stunden. Keine Ahnung hast du, Bruder. Keine Ahnung. Welches Sandwich ziehst du dir? Das Sieben-Dollar-Sandwich? Was sagst du zu den Preisen hier? Zu gering Verdiener. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber wir sind jetzt am Flughafen und Lohn hat Hunger. Hat Lohn Hunger? Bruder, du siehst aus wie ein Sohn. Freunde, Merklo und ich sind noch so ein bisschen verklatscht. Aber er hat einen großen Klatsch. Ich hätte so Bock auf so Nutella-Breadsticks. Verschätzt du, was so ein Brownie kostet? Fünf Dollar, Bruder. Ich tippe da drauf, er nimmt ein... Boah, ich weiß gar nicht. Freunde, was nimmt Lohn? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Freunde, es geht wieder in den Vogel. Wir verlassen jetzt das Paradies. Ich bin gespannt, wie groß der Vogel dieses Mal ist. Ihr seid gerade zweimal in Lohns Po geflogen. Willst du dir einmal vorzeigen? Yeah, yeah, yeah. Scoop, scoop. Thank you. Bruder, es ist hier voll leer. Ja, doch, das ist ein großer Vogel. Lass mal fragen, wie auch so XXL sind zu können. Wir haben noch einen blinden Passagierbruder. Meine Pringles. Food, food, food. Es gibt food. Food. Er schläft. Ja, okay, ich lasse mich mal diesmal schlafen. So, Freunde. Lenny und ich sind jetzt in Dubai gelandet. Und ich stelle jetzt hier gerade mein Video ein. Das Video für den 6.7. Und zwar ein Vlog. Ja, ich stelle gerade einen Vlog in einem Vlog ein. Und was machst du? Was sagst du? Was machst du gerade so? Nicht feinstellen. Bist du ein bisschen Brain-Avcar? Geh nicht zur Mutter, du Kleiner. Lenny ist hochkonzentriert. Schaut ihn euch an. Er ist hochkonzentriert mit seinem Tonic-Water. Und ich hole mir jetzt gleich was zu essen. Hm. Habt ihr euch schon mal gefragt? Was so ein vielbeschä... Was so ein vielbeschäftigter Brokkoli macht? Sir, sind Sie gerade vielbeschäftigt? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Das ist tatsächlich das Paradies. Ich schwöre es euch. Also, passt mal auf. Aber hier gibt es diese Schokobons, ja. Mit so Kinder Bueno Kombination. Und übrigens, falls ihr euch wundert, warum Lenny nicht so energisch ist. Er hat tatsächlich seit so 2-3 Tagen krasse Ohrenschmerzen. Deswegen wünsche ich ihm schon mal gute Besserung. Und ich hoffe, dass ihr jetzt wenigstens hier gleich ein paar Süßigkeiten findet. Eine persönliche Empfehlung von mir an euch. Die sind geisteskrank crazy. Die esse ich auch immer oder bestelle mir die auch immer nach Hause. Und zwar M&M's Peanut Butter. Ich überlege, ob ich die auch nochmal hier mitnehme. Ich werde mich jetzt mal umschauen und euch dann gleich berichten, was es geworden ist. Freunde, bei mir ist es tatsächlich doch nichts geworden. Die M&M's kriege ich tatsächlich auch, wenn ich die bei Amazon bestelle, für den gleichen Preis. Aber, Lohm, was ist bei dir geworden? Mentos! Mentos und nochmal Mentos? Ja, ja. Ich denke, die sind krass. Jetzt geht es nach Hamburg. Wusstest du, dass da morgens so Marktschreier sind? Die brüllen dich dann so an. Wollen sie Fische kaufen? Genau. Und wir sind so in sieben Stunden da. Freunde, wir sind wieder ein Vogel. Und ich muss euch etwas zeigen. Und zwar spiele ich hier tatsächlich gerade mit einem Flipperautomaten. Wisst ihr noch, was das ist? Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Früher hat meine Großeltern einfach mal einen eigenen riesigen Flipperautomaten. Und das gibt mir gerade so Flashbacks. Ich habe, glaube ich, gerade in den letzten 20 Minuten nur dieses Spiel hier gespielt, ja. Also es ist so, man hat hier so eine Kugel, die wird von hier so hochgeschossen. Und dann hat man hier oben so verschiedene Sachen. Man muss die probieren mit diesen zwei Dingern. Ich kann mal gucken, ob ich da gerade einen steuern kann. Moment, ich zeige euch das mal. Die wird dann so gelauncht, ja. Jetzt passt mal auf. Wenn ihr gleich runterkommt, dann seht ihr gleich meine zwei Flipper. Und man muss halt probieren, so einen möglichst hohen Score zu erreichen. Na, jetzt habe ich verkackt. Und Lohnschluch. Digga, eigentlich können wir so eine Compilation machen, weil er die ganze Zeit immer noch am Schlafen ist. Was glaubt ihr, was träumt er gerade? Ich zeige euch, wie man Rührei macht. Das ist eigentlich relativ einfach. Aha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das träumt. Na gut, okay. Liegen jetzt noch knapp. Moment. Freunde, es liegen noch vier eineinhalb Stunden. Ja, das ist noch echt lang. Er ist schon seit zwölf Stunden unterwegs, ey. Aber wir sind in vier Stunden da. Da müssen wir noch nach Hause fahren. Also so in sechs Stunden bin ich zu Hause. Land, dann Flug Hamburg. Mit Lohn. Weißt du jetzt eigentlich, was inzwischen jetzt gleich passieren wird? Nein. Hey, hast du keine Ahnung? Nein. Bist du lost? Nein. Echt? Keine Ahnung. Nein. Ihr wisst es schon, Freunde. Er weiß es noch nicht. Ja, ja, ja. Du willst schon sehen, was passiert. Was? MacCrispy. MacSheesh kommt auch krass. Hamburger Royal Käse. Warte, ich glaube nicht, dass du irgendwas MacPlant bestellst. Das ist ohne Fleisch. Nein, ich bestelle mir... Kinderfunk. Ich weiß nicht. Okay, gönn dir. Ich bestelle so ein Mac Chicken. Aber es ist ja übrigens schlau, wenn du alles als Menü bestellst, will ich nochmal ganz kurz anmerken. Darf ich mal ein bisschen einen Warenkorb sehen? Bruder, bestell doch als Menü. Hä, warum? Dann, also, dann kriegst du auch noch so Pompons dazu und Cola. Achso, ja, wo geht das? Mehr bestellen. Na. Wie gibt es das? Wie gibt es das? Wie gibt es das? Mac Menü. Hä? Wie viel schlauer dann. Ja, natürlich ist das schlauer. Okay, Freunde. Mein Essen ist bestellt. Jetzt fehlt nur noch Young Drippy Driven. Du musst nach da und bezahlen. Ich hoffe, ich muss es zu nennen, Digga. Okay. Benni mag es nicht, wenn ich ihn Young Drippy Driven nenne. Aber er sieht auch schon so aus wie so ein Young Drippy Driven, muss ich schon sagen. Lenny, hast du jetzt eine Ahnung, was passieren wird? Nein! Wir bekommen nämlich gleich Besuch. Die Person hast du schon einmal getroffen. Oh nein. Er kommt gleich vorbei, Bruder. Oh nein. Ich muss ihn gleich abholen. Nein! Und dann, er hat schon gesagt, Kevin, wenn du zu Hause bist, dann musst du mir Bescheid sagen. Ist er klein? Das wirst du gleich herausfinden. Freunde, mehr würde ich nicht sagen. Ich glaube, dieser junge Mann hat schon eine Ahnung, was gleich passieren wird. Aber ich... Soll ich ihn abholen? Run. Okay, Freunde, ich hole jetzt einen Gast. Allerdings, Max, ich bin gerade bei meinem Bruder zu Besuch. Ähm, der hat gesagt, also hat mich gerade abgeholt und hat gesagt, irgendjemand ist hier so, der mich besuchen will oder so. Er hat gesagt, ich soll kurz warten. Kevin ist gerade in ein Schlafzimmer und jetzt klingelt wohl irgendjemand. Mal gucken, wer kommt. Alter, da hat jemand geklingelt. Warte, ich gucke jetzt. Okay, Leute, ich bin jetzt hier gerade draußen bei Kevin. Er meinte, irgendwie soll ich kurz rausgehen und dann klingeln. Ähm, also, da hast du die Tür. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt klingeln soll. Ich klingel jetzt einfach gleich. Mal schauen, was passiert. Ich habe geklingelt. Wer ist da? Hallo, darf ich rein? Lomex, lass mal zu dir hier. Max! Was willst du hier? Ich wollte einziehen. Hier in das Haus von meinem Bruder? Ja, ich habe gedacht, wir werden ein paar Videos zusammenhauen. Sind das seine Sachen da, die da sind? Boah! Darf ich einziehen? Hast du auch 10.000 Stempel? Nein, aber ich habe einen Koffer im Auto. Wenn du willst, ich hol den jetzt, dann ziehe ich hier ein. Und dann nehmen wir coole Videos zusammen auf. Ja, Lomex. Ähm, ja, okay. Wie lange willst du bleiben? 10 Tage? Ich bleib für immer! Ja! Ja!